Hallihallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu diesem kleinen Info-Video. Ja, ich habe mir gedacht, wir haben ja jetzt neues Jahr, da kann ich doch auch mal eine neue Projektidee anstreben. Und ich dachte mir, ey komm, warum habe ich nicht eigentlich mal was, was beständig ist? Ja, und da kam mir die Idee, warum mache ich nicht jeden Dienstag mal etwas Neues? Und damit meine ich wirklich was komplett Neues. Und ich dachte mir, ich mache jetzt jeden Dienstag ein Video zu einem Spiel, was noch komplett Neues, was nicht schon draußen ist, kaufbar, sondern wirklich das noch Neues. Also wir sprechen hier von Demospielen. Ja, und das würde ich jetzt gerne jeden Dienstag machen, dass ich jeden Dienstag ein anderes Demospiel mal anteste, damit ich was Neues sehe, damit ihr was Neues seht. Und natürlich, wir sehen auch was, dass uns nicht direkt vom Fernsehen direkt auf den Markt geschmissen wird. Ich habe da auch so ein paar Kriterien, was ich nehme. Also es muss wirklich ein Spiel sein, das noch komplett Neues, was nur in der Demo ist bisher. Das muss jetzt nicht bedingt auf PC beschränken. Das kann auch PC, Switch, PS4 sein. Ja, und das ist eigentlich auch schon alles, was ich dazu sagen will. Es ist übrigens bei jedem Demospiel und auch bei diesem Video dann unter den Videos in den Kommentaren natürlich das Recht, dass ihr mir Vorschläge schicken dürft, was ich mal antesten soll. Ich mache nur ein paar Ausnahmen bei Spielen, die ich wirklich niemals spielen würde, nämlich Visual Novels, Horrorspiele und Shooterspiele. Diese drei Spiele, da mache ich nicht. Visual Novels mag ich nicht, Horror bin ich nicht so ein Fan von und Shooter ist für mich jedes Spiel eigentlich rein dasselbe. Also in der Hinsicht mir bitte keine Ideen schicken, ansonsten ist alles in Ordnung. Das war auch schon alles, was ich sagen wollte. Ich habe dieses Video jetzt extra morgen rausgebracht, weil ich heute Abend ein Spiel schon habe. Das seht ihr dann. Ist auch ein Demospiel und ich hoffe, ihr habt Spaß damit. Ja, und damit dann ciao und bis zum Video heute Abend.